Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 429, heute mit der Vorschau auf AEW Full Gear 2021. Mein Name ist Olaf Gleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo, ich muss sagen, ich fühle mich heute richtig unter Druck, also ich muss richtig performen, weil AEW ist ja wie das Internet für uns alle, für mich Neuland, also ich muss sie heute abliefern, ich muss beweisen, dass ich nicht nur WWE-Fanboy sein kann, sondern auch über AEW rede. Man muss ja auch sagen, wenn man mal schaut, wir haben eigentlich auch eine andere Konstellation hier anberaumt gehabt, also wir wollten eigentlich David und Meller dabei haben, David konnte nicht, weil seine Schwester Geburtstag hat, Meller kann nicht, weil sie krank ist und dann musste ich einspringen. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein, so ungefähr. Deswegen, unverhofft kommt oft, aber Kai, du hast ja schon gesagt, du hast dich ja in den letzten Monaten auch ordentlich in das AEW-Programm eingefuchst, ich bin da sowieso drin, insofern glaube ich, kriegen wir das heute problemlos gebacken. Aber bevor wir hier loslegen, erstmal gehen noch ein paar Grüße raus, zum einen an den Alexander, der bei uns auf Patreon eine Jahresmitgliedschaft abgeschlossen hat, Dankeschön dafür. Und dann, dafür muss ich auf einen anderen Bildschirm schielen, an den Philipp-Tag-Team-Mitgliedschaft und da nämlich auch gleich nochmal zum einen ein Dankeschön und zum anderen auch da nochmal der Hinweis, die Weihnachtszeit naht ja bei unserer Tag-Team-Mitgliedschaft auf Steady. Da habt ihr zum einen einen Zugang für euch, zum anderen aber auch einen Zugang für jemand anders, zum Beispiel jemand, der Headlog gerne hört, Partner, Freundin, wie auch immer. Lohnt sich vielleicht auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Das ist, glaube ich, vielleicht auch ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk, wenn man da jemanden bedenken möchte. Und wir haben mittlerweile über 400 Podcasts, das heißt, vielleicht auch für jemanden, der euch auf den Sack geht, also der hat so viel dazu hören, hat keine Zeit mehr mit euch, irgendwie Zeit zu verbringen oder so. Auch eine Möglichkeit. Also auch eure Omas, Opas oder sowas. Meine Verlobte sagt immer, ich kann supergut mit Rentnern klarkommen. Also auch vielleicht dem mal zeigen, so das, der Kai, der redet auch mal über Catchen. Vielleicht kriege ich die. Vielleicht, ne? Die freuen sich ja auch darüber, dann junge Stimmen zu hören oder so. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall da, schaut gerne vorbei, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Und wir haben ja auch die AEW-Previews quasi von hinter der Paywall dann auch vor die Paywall geholt, damit wir alle das hören können. Weil wir haben natürlich auch gemerkt, lieber Kai, dass das Interesse an AEW merklich gestiegen ist. Das haben wir nicht nur bei uns innerhalb der Crew gemerkt, sondern auch an den Hörerreaktionen. Und jetzt mal die Frage an dich, wie ist denn erstmal deine Grundeinstellung hier vor AEW Full Gear? Das Schöne ist ja, das ist ja für mich mein erstes AEW-Pay-Perview seit dem Debüt von CM Punk, also wo er dann eben war bei All Out. Da war ich ja, da bin ich ja gerade erst frisch in AEW reingekommen. Aber jetzt über die letzten Wochen und Monate habe ich mich da ja wirklich auch ordentlich reingefuchst. Und mehrfach über Sky geschimpft, dass die so spät uploaden und dann das Internet gemieden, weil ich auch ungespoilert Rampage und Dynamite schauen wollte. Und ich bin wirklich unfassbar heiß auf dieses Event. Ich habe da mega viel Bock drauf. Ja, also ich bin da ein bisschen abgeklärter, wie immer, wie das nun mal so ist. Aber ich finde auch, dass da sehr viele Matches dabei sind, die richtig viel Spaß machen werden. Und wir haben eine ganz bunte Mischung und wir haben eigentlich jede Geschichte, die eine längere und größer aufgebaute Storyline hat. Und das mag ich ganz besonders, dass wir überall hier eben Hintergründe haben, die teilweise über Monate und Jahre gehen. Wenn wir uns jetzt hier den Aufbau von Hangman, Adam Page, King, Kenny Omega anschauen. Also diese Geschichte um Adam Page, die sich ja wirklich bis zu den Anfängen von AEW zurückreichen, finde ich richtig geil. Ich werde da meinen Spaß dran haben. Ihr werdet es reviewen. Das ist auch mal ganz schön für mich. Ich schaue mir das dann einfach sonntags an. So, und ich rede dann irgendwann vielleicht später mal ein bisschen drüber. Dann gibt es noch mal einen Kommentar. Aber ich schaue mir das einfach an und habe mal nicht den zeitlichen Druck dahinter. Den könnt ihr euch machen. Ich nehme währenddessen mit Chris zwei Match of the Weeks auf und dann ist das mein Sonntag. Und schneide euer Gelaber dahinter zusammen. Aber ansonsten muss ich mich damit nicht beschäftigen, sondern kann mir ein Event einfach anschauen. Und da, bin ich ganz ehrlich, freue ich mich auch drauf, mal nur einen Event zu schauen, ohne darüber zu podcasten. Das wird auch mal schön. Deswegen, aber lass uns dann doch hier gleich in die Card einsteigen. Wir haben natürlich ein Buy-In, also eine Kick-Off-Show quasi, wie es so schön heißt. Und da haben wir ein Tag-Team-Match zwischen Nyla Rose und Jamie Hayter auf der einen Seite und Hikaru Shida und Thunder Rosa auf der anderen Seite. Hier fasst AEW einfach mal zwei Matches aus dem TBS Women's Championship Tournament zusammen. Da treffen ja im Viertelfinale Thunder Rosa und Jamie Hayter aufeinander. Im anderen Block dann treffen Nyla Rose und Hikaru Shida aufeinander. Man fasst das hier zusammen und macht daraus dann ja wahrscheinlich eine Überleitung dann eben zu den Viertelfinals. und kann so die Geschichte noch ein bisschen aufbauen. Wirkt ein bisschen, ich sag's mal, reingeworfen. Aber ich denke, das wird trotzdem ein solides Match werden. Kai, wie siehst du das? Ja, es ist für mich ein Kick-Off-Show-Match. Ich lass mich davon überraschen, was passiert. Ich geh da komplett unvoreingenommen rein. Und ich glaub, das ist auch gar nicht mal so verkehrt. Das ist, das ist ja eine Sache, die ich so gemerkt habe jetzt in der Zeit, wo ich AW gucke und immer mehr Wrestler kennenlerne. Es gibt ja immer noch ganz viele, die ich irgendwie nicht gesehen habe. dass gewisse Nearfalls bei mir so ein bisschen mehr kicken. Weil ich jetzt nicht weiß, ist es jetzt so diese typische Blue Thunderbomb eines Sami Zayn, wo ich dann weiß, ja, passiert eh nix oder was, ist es doch ein Finisher? Das mag ich dann ganz gerne. Aber das Ding hier, ja, ist ein Kick-Off-Show-Match. Aber es ist trotzdem eben nur ein Tag-Team-Match, ein wild zusammengewürfeltes Tag-Team-Match. Und entsprechend, glaube ich, werden wir hier ein bisschen Storytelling bekommen. Wir werden nochmal sehen, wer hier vielleicht dann so die erste Duftmarke im Hinblick auf dieses Titelturnier setzen kann. Und das wird sich dann eben hier herauskristallisieren. Aber ich glaube, viel überbewerten muss man hier nicht. Kommen wir dann zur Main-Card, weil wir haben vollgestopfte Cards. Insgesamt, also mit dem Match jetzt zehn Matches auf der Cards sind ja auch noch neue Matches angekündigt worden. Und ich fange erst mal an mit einem Tag-Team-Match, weil ich Teddy Long bin. Und wir haben auf der einen Seite Puck und Cody Rhodes, begleitet von Arn Anderson. Und auf der anderen Seite haben wir Malachi Black und Andrade El Idolo, begleitet von José, dem Assistenten. So. Okay. Die Fede Cody Rhodes gegen Malachi Black ging ja durch so Höhen und Tiefen, sag ich mal. Dann mit ganz viel Licht-an-Licht-Ausspiel, mit einer vernichtenden Niederlage für Cody, dann einer ebenso vernichtenden Niederlage für Malachi Black. Dann wurden auch noch Andrade El Idolo und Puck mit eingebunden. Es wirkt alles ein bisschen, ich sag's mal, improvisiert. Vor allem auch, weil ja Cody zwischendurch gar nicht unbedingt die Babyface-Reaktion bekommen hat, sondern sehr laut ausgebucht worden ist. Speziell in dem Match gegen Black dann im späteren Verlauf. Wie siehst du den Kampf hier? Ja, es fühlt sich so an, als hätte man zwei Fäden so ein bisschen miteinander verschmolzen oder so ineinander geworfen. Weil das war dann ja auch so, auf einmal unterstützt Andrade dann Black und Black unterstützt Andrade. Also auch dann jetzt diese Woche zum Beispiel dann, wo Peck gegen Dexter Harrod war's, glaube ich, gekämpft hat, ne? Ja. Und auf einmal geht dann das Licht aus und dann Black ist da und Andrade kommt auch noch und dann kloppen sie alle auf ihn ein und auf einmal macht dann Cody Rhodes noch den Save. Also ich find's ein bisschen komisch, weil's so zusammengewürfelt wirkt an der Paarung. Also ich glaub nicht, dass das ein schlechtes Match wird. Also guck dir mal an, wer da drin steckt, ne? Da muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, hat eine Story, ist ein bisschen zusammengewürfelt und ich bin halt wirklich gespannt, wie's dann auch mit Cody Rhodes weitergeht. Weil man merkt, die Leute haben nicht so Bock auf Face-Cody Rhodes. Und ob's dann irgendwie in Richtung doch mal Heal-Turnen geht, obwohl er sagt so, ich werde niemals Heal-Turnen, ne? So, ja, ja, sag niemals nie natürlich. Aber mal schauen. Also ich muss auch sagen, ich bin auch nicht so der Riesen-Fan von Cody Rhodes. Ich find da auch ein bisschen überpräsent, obwohl er nicht mal wirklich oft da war in den letzten Monaten. Aber ich glaub, du weißt, wie ich's meine, mit Cody Rhodes ist überpräsent. Ja, also auf das Match hab ich Bock. Die Fede drumherum ist okay. Ich bin gespannt, wie man hier gerade Malakai Black und Andrade El Idolo auch unter einen Hut bekommen. Wir haben ja zwei so eigentlich nicht so 100% zusammenpassende Teams. Also ich find auch Malakai und Andrade, also so vom Look her passen die nicht zusammen. Und bis jetzt ist ja auch so dieses Bündnis nicht 100% erklärt worden. Genauso Puck und Cody Rhodes ja auch eher, ja, aus der Geschichte heraus, der Feind deines Feindes ist mein, der macht uns quasi, oder andersrum. Eher so das quasi gemeinsame Feinde haben hier das Bündnis gemacht. Und das ist auch so ein bisschen was, was natürlich hier erzählt werden kann. Also welche Richtung geht man dann hier und, ja, wie funktionieren diese beiden Teams zusammen? Ich glaub, das ist was, was hier eine große Rolle spielen wird. Was erwartest du denn hier von dem Match? Weil natürlich, es sind ja vier Leute, die auf jeden Fall was im Ring zeigen können. Cody Rhodes sicherlich charakterlich von der Entwicklung her der interessanteste Charakter hier, wenn man so sagen darf. Ähm, das sollte eigentlich ein technisch gutes Match werden. Die Frage ist, will man, dass so ein Match dann heraussteht aus der Kart oder ist das eher so ein Füller irgendwo drin? Also ich glaub, das wird dann doch eher zwischen zwei großen Matches platziert. Weil das ist jetzt auch nicht, hat jetzt auch nicht den Zündstoff, um ein krasser Opener zu sein. Ich glaub, da haben wir andere Sachen für. Aber trotz, also wrestlerisch mach ich mir hier keine Sorgen. Ich möcht aber immer noch gerne, dass mir jetzt mal irgendwann jemand erklärt, was Malakai Black will und was er ist und was sein Ziel ist. Weil das verstehe ich noch nicht so ganz. Also wir haben jetzt ja auch noch hier die Geschichte mit, hier FTA wird ausgeliehen von Andrade mal so ein bisschen gegen Geld. Und, also auch da, das ist grad bei mir nur so weder Fisch noch Fleisch. Ja. Ich weiß noch nicht, wo das hingehen soll. Das ist, äh, tatsächlich auch so eine Art von Storytelling, die AEW ja gerne macht. Dass man so, äh, Köder quasi auswirft und dann irgendwann im späteren Verlauf wird das erst erklärt. Das hat man hier auch grad in der Geschichte, auch in anderer Geschichte hat man das hier sehr regelmäßig gemacht. Ähm, schauen wir mal, wo's, wo's hingeht. Was ist denn dein Tipp hier für das Match? Ich tippe, also Black darf nicht schon wieder verlieren, meiner Meinung nach. Deswegen tippe ich auf Black und Andrade. Kann mir mal vorstellen, dass es irgendwie so ein bisschen Fuck-up-Finish gibt und Eingriffe und hin und her. Aber, also prinzipiell sollt ihr Black und Andrade sollten den Sieg holen. Ähm, bin ich bei dir. Ich bin auch hier für einen Heal-Sieg. Ich glaub, das ist auch was, was Cody gebrauchen kann. Also, auf diesem Weg, äh, zum Nicht-Turnen, auf jeden Fall zur Charakterentwicklung, glaube ich, ist das was, so ein Rückschritt, den er dann nochmal mitnehmen kann. Wir haben's jetzt ja zuletzt auch gesehen, dass es da ja nochmal den großen Schmonz gegeben hat, wo Cody dann eben auch mit dabei gewesen ist. Also, ja, ich glaube, dass, äh, hier die Heals den Sieg davon tragen werden. Kommen wir zum nächsten Match und da haben wir, ich sag's jetzt mal, eine sehr emotionale Fede, die sehr kurzfristig aufgebaut worden ist, dafür aber mit umso mehr Zunder. Ich spreche natürlich von CM Punk gegen Eddie Kingston. Und da haben wir ja zuerst gesagt, so, ja, ist jetzt nicht so schnell, nicht so gut aufgebaut, weil das gab die Konfrontation Backstage, die beiden haben sich ein bisschen angekeift. Naja, ist jetzt nicht besonders viel. Und dann aber gab's zuletzt dieses Interview-Segment der beiden, ähm, wo plötzlich alles anders geworden ist. Und dieses Interview-Segment, ähm, wo dann ja unter anderem Aussagen getroffen worden sind, wie, hör mal zu, CM Punk, dich will hier keiner, ne? Geh nach Hause, du bist ein Heuchler und du bist ein Sellout und nichts anderes. Und wo CM Punk aus der Eddie Kingston gesagt hat, hey, du gehörst eigentlich gar nicht hierhin, ne? Also, du, du bist nicht gut genug, ne? Wir haben, das haben wir schon damals gesagt, ähm, und so weiter und so fort. Und dieser Realitätsbezug, der dann hier da gewesen ist, der hat's dann natürlich ausgemacht, auch mit Verweisen in Richtung Samoa Joe, Brian Danielson und ganz vielen anderen Leuten, die da noch genannt worden sind. Ähm, und Kai, ich wollte noch eine Hörerfrage beantworten, aber die beantworte ich gleich. Aber Kai, erst mal, wie fandest du jetzt den Aufbau von CM Punk gegen Eddie Kingston? Ähm, also ich muss sagen, ich hatte, David hat sie mir geschrieben, hier hast du das Promo-Segment mit Punk gesehen. Und, wie David immer so ist, der ja nicht spoilert und schreibt so, ja, mega geil oder sowas, ne? Wir, 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 wir lieben ja unseren David, der Spoiler hasst und uns alle immer spoilert. Und ich, aber doof wie ich bin und unkonzentriert wie ich bin, hab ich daraus gelesen, hast du die geile CM Punk-Promo gesehen? Guck mir das dann an, also, bin dann gespannt, bin so, oh, okay, was macht er denn, was macht er denn, ne? Und guck mir das an und denk so, ah, okay, 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 okay. Hab dann David geschrieben, ja, hab ich jetzt gesehen und, naja, sehr und was sagst du? Und ich hab geschrieben, das war eine echt geile Eddie Kingston-Promo. Weil Punk hat ja nicht viel gemacht. Also, letztendlich, außer halt einmal diesen Realitätsbezug, wo er sagt, so hier, so, du gehörst ja gar nicht hin. Wir haben schon damals gesagt, so, du kannst eigentlich was, aber du kannst es dann doch nicht und enttäuscht die Leute hin und her. Ja, und ich mochte hier wirklich, wie Eddie Kingston, also, der hat halt so eine geile asoziale Art, ne? Der ist so, der kommt raus, ist auf 180, der hat immer richtig Bock, sich zu wämsen, das ist ganz cool. Und wie er dann da rumbrüllt und auch so die Mimik und Gestik, wie er da ist und sich dann versucht zu beruhigen, das mochte ich ganz gerne. Und dass es dann doch auch noch schafft, Punk zu provozieren, gerade mit der Kopfnuss, das mochte ich, weil er auch erst mal so, ja, endlich passiert mal was auch bei einem Punk. Und da kommt er nicht nur raus und sagt so, ey, das ist alles so schön, das fand ich gut. Und ich fand, da war geil Zunder drin, das hast du gemerkt. Und klar, also, das liegt natürlich daran, dass Eddie Kingston ihr abgeliefert hat, aber Punk hat ja seinen Teil auch gut gespielt. Ich muss sagen, ich hab deswegen, also, ich hab Bock auf die Feder, das hab ich auch an David geschrieben, aber ich hab trotzdem Angst vor dem Match. Weil, das ist ein Singles-Match, ich finde, das bräuchte eine Stipulation, denn von den Sachen, die ich mitbekommen habe, sei es jetzt bei einem Karat oder auch ein bisschen, schon auch bei AEW-Sachen. Ein Eddie Kingston, Promos halten, gar kein Problem. Aber wirklich geile Wrestling-Matches abreißen, hat er mich persönlich noch nie so wirklich überzeugt. Und da bin ich jetzt eben gespannt, weil auch ein CM Punk hat immer noch ein bisschen Ringrost, finde ich. Das ist eben die Frage, ne? Also, ich finde, dass Eddie Kingston steht und fällt mit seinem Gegner. Wir haben Eddie Kingston gegen Brian Danielson gesehen, das war richtig geil. Ähm, auch Eddie Kingston gegen Jon Moxley war ein gutes Match. Aber steht und fällt mit dem Gegner. Und Eddie Kingston ist natürlich auch für seine Art und Weise, der lebt ja auch davon, dass er gequält wird. Dass er immer, der kämpft ja von unten, wie man so schön sagt, ne? Der ist immer der Underdog. Und deswegen funktioniert auch der so gut. Deswegen, die Leute können sich mit ihm identifizieren. Deswegen funktioniert er auch in den Promos so gut. Der ist ja nicht, also, du guckst ihn dir an und sagst dir nicht, hey, das ist der netteste Typ von nebenan oder sonst irgendwas. Sondern, das ist halt jemand, der von unten kommt und dadurch ist der für Zuschauer mit der Art und Weise, wie er redet, absolutes Identifikationsobjekt. Das macht ihn aus, zusätzlich mit dem Charisma, was er eben mitbringt. Ich bin aber bei dir. Ich bin auch gespannt, wie das ausgeht. Weil eigentlich würde ich mir zwischen den beiden eine richtige Klopperei wünschen. Ja, also, irgendwie, no DQ-Match, false count anywhere, irgendwie sowas. Wo die sich richtig auf die Schnauze hauen können. Genau, aber CM Punk ist auch nicht so der auf die Schnauze hau Typ, ehrlich gesagt. Nee, deswegen. Also, von daher bin ich da auch mal gespannt, was uns da erwartet. Also, ich glaube, technischer Leckerbissen wird das nicht. Das können wir, glaube ich, schon mal so viel sagen. Ich hoffe auch, dass man da die Regeln ein bisschen lockerer lässt. Das macht der AEW ohnehin gerne mal. Da sind ja Regeln zum Schmegeln oder so. Und ich hoffe, dass man da mehr gehen lässt und dass es halt eben ein Fight wird. Also, wenn CM Punk Eddie Kingston schon als Bum, als Penner bezeichnet, dann will ich das auch in dem Match selber sehen. Dann will ich auch diese persönliche Ebene sehen. Und ich kann mir hier sogar vorstellen, dass man mit Punk den nächsten Entwicklungsschritt hier gehen kann. Dass man den aus seinem Nostalgia-Act, den ich ja so furchtbar langweilig fand, rausholt und da eine Charakterentwicklung reinbringt. Das ist so mein Punkt. Weil ich bin nämlich auch vom Hörer gefragt worden, weil ich ja beim letzten Fragen-Podcast war. Oder ich weiß gar nicht mehr genau wann. Aber da habe ich ja auch diese Fede sehr stark kritisiert. Weil ich sage, ich finde das langweilig, wie man es gemacht hat. Und ich bin dann gefragt worden, Olaf, wie würdest du das denn booken? Wie hättest du CM Punk gebuckt? Und mein Gedanke war, ich würde es so booken, dass jemand von den Jungen rauskommt. Das ist jetzt nicht um Eddie Kingston. Aber mein Gedanke war, es kommt jemand raus und sagt, Alter, du gehörst hier nicht hin. Du gehörst hier nicht hin. Du nimmst uns den Spot weg. Du ziehst du das Spotlight auf dich. Du bist ein Egomane und so weiter und so fort. Und das war mein Gedanke. Und leider ist mir diese Promos zuvor gekommen. Und bevor ich das sagen konnte. Aber ich finde die Art und Weise, wie man es jetzt aufgedröselt, ist absolut nachvollziehbar. Und jetzt will ich da eine richtige Schlacht haben. So, wer gewinnt denn die Schlacht, Kai? Muss Punk gewinnen. Also, klar, du könntest auch vielleicht jetzt aufziehen, dass er verliert und dann ein bisschen sauer wird und sagt, oh, kacke, vielleicht muss ich mich nochmal zusammenreißen. Aber ich glaube, Punk wird erstmal noch auf der Siegeswelle reiten, surfen, whatever. Ja, ich glaube auch nicht, dass Eddie Kingston hier gewinnt. Weil Eddie Kingston hat letztlich die großen Matches immer verloren. Eddie Kingston braucht das nicht, um over zu sein. Sondern du musst mit Eddie Kingston mitleiden können, damit das Match ein Erfolg wird. Und das wird hier auch passieren. Eddie wird kämpfen. Eddie wird kratzen und beißen und alles, was dazugehört. Aber am Ende wird es hier ein Punk sein, der gewinnt. Einfach, weil der, mit dem hat man mehr vor. Und der ist ja auf einer Winning-Streak. Und ausgerechnet Eddie Kingston soll die brechen? Pfff, glaube ich nicht dran. Nee. Deswegen bin ich da bei CM Punk genauso wie du. Kommen wir damit zum nächsten Match. Und das ist auch eine emotionale Fede. Wir haben Darby Allen, begleitet von Sting, gegen MJF, natürlich begleitet von Wardlow. Und da gab es ja auch die Attacken gegen Darby Allen. Es gab die Attacken gegen Sting von MJF und Wardlow. Es gab auch die Konter quasi, die Retourkutsche. Ich erinnere nur an den Skateboard-Schlag mit den Thumbnails auf den Rücken von Wardlow, wo sich MJF aus dem Staub gemacht hat und seinem Kumpel hier quasi dem Wolf zum Fraß vorgeworfen hat. Wir hatten vor allem ganz viele Promos von MJF und ganz viel Hass. Manchmal ein bisschen drüber. Aber ich finde, die Intensität, die wir hier in der Feder haben, finde ich geil. Ich habe da Bock drauf. Das sind zwei der jungen, wilden von AEW. Darby Allen, der nach seinem TNT-Title-Run immer noch relevant ist. MJF, der einer der besten, wenn nicht der beste Heal im Business aktuell ist. Ich habe da Bock drauf. Was erwartest du dir hier vom Match? Und ich finde das ganz schwer zu tippen, wer da gewinnt. Letztendlich sollten beide nicht verlieren. Und beide sollten aber auch gewinnen. Also das ist hier das Schwierige. Es geht ja auch darum, es wurde auch in Darby Allen gesagt, hier, das ist jetzt eben nicht diese Schlacht. Ich besiege dich auch in einem Wrestling-Match. So, das kann ich auch. Ich muss nicht, keine Ahnung, was für Sachen einsetzen. Ich glaube trotzdem, dass wir hier Eingriff kriegen werden. Sei es von Wardlow oder von Sean Spears. Und dass dann das Ding cleart. Also das wird hundertprozentig passieren. Aber ich finde es hier wirklich schwierig zu sagen, wer gewinnt. Weil letztendlich, MJF könnte auch dann oben mal anklopfen, wenn er hier gewinnt und sagt, ich will den Titel. Was er sowieso schon in den letzten Monaten auch gesagt hat. Ich finde aber auch, dass ein Darby Allen jetzt nach der Niederlage gegen Punk, die nicht schlimm ist natürlich, aber trotzdem auch jetzt mal den großen Sieg einfahren sollte. Deswegen tue ich mich hier extrem schwer. Ich mag es, wie es aufgebaut wurde. MJF natürlich super asozial mit den Promos. Ich finde trotzdem manchmal ein bisschen Schema F. Also so ein typisches Heel-Promo, einfach nur in sehr extrem drüber. Mag ich aber manchmal so, ja, okay, ich weiß eben, was kommt. Und Darby Allen, den finde ich einfach cool. Der hat so eine Ausstrahlung. Und das mag ich ganz gerne. Also ich würde mir persönlich, also als Fan würde ich mir wünschen, dass Darby Allen gewinnt. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass sie hier MJF den Sieg geben. Ich finde die Personalien außerhalb des Rings ja auch interessant. Weil wir haben Sting und Wardlow draußen natürlich. Und Sting und Darby Allen sind eigentlich eine Einheit. Die funktionieren ja gut zusammen. Und die Attacken gegen Sting waren ja auch so ein Auslöser für Darby Allen, dass er nochmal eine Stufe aggressiver geworden ist. Hier in der ganzen Geschichte. Während ja MJF und Wardlow, also da kriselt es ja so ein bisschen. Und man erwartet ja auch irgendwann immer, dass Wardlow irgendwann sagt, ich habe jetzt die Schnauze voll. Also ich will nicht ständig der sein, der hier für dich die Schläge einsteckt. Weil das ist ja sehr oft seine Aufgabe gewesen. Personal nur. Genau, genau. Und da bin ich gespannt, ob man das irgendwie hiermit schon einbringt. Ob es Streitigkeit, also offene Streitigkeiten zwischen MJF und Wardlow bringt. Oder ob man das noch ein bisschen rauszögert. Deswegen, also mein Tipp ist jetzt hier, Darby Allen gewinnt. Ähm, eben durch Misscommunication von MJF und ... Ja, okay. Ja gut, kann auch sein, dass halt Wardlow ist ja auch ein bisschen sauer, dass er ja jetzt noch ein Coworker, ein Mitarbeiter, das deutsche Wort, dass ein Mitarbeiter an die Seite gestellt bekommen hat mit Sean Spears. Genau, den haben wir auch noch dabei, ja. Ja, eben, da hatte ich ja gesagt, dass der auch noch eingreift. Also kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß jetzt nicht, wie so eine Fede MJF gegen Wardlow zündet. Weil ich glaube, da hätte man einfach nur Bock, dass MJF ihn relativ gut beleidigt und manchmal ein bisschen als Chicken Shit abhaut. Weil, also wir werden jetzt, glaube ich, ja alle nicht in zwei Wochen mit Wardlow-Shirts sitzen und sagen, ey, geil, mach es kaputt. Also, aber ich glaube, das wäre jetzt kein uninteressantes Programm, die beiden gegeneinander. Ich glaube eben, dass man aus Wardlow noch mehr machen kann. Der ist auch noch nicht so alt. Wir haben es gerade noch mal kurz nachgeschlagen. Der ist 32. Der ist ein talentierter Big Man. Und ich glaube auch, dass der mit der entsprechenden Erfahrung, dass der eine Rolle ... Der ist 33. 33, auch das. Da haben wir es falsch nachgerechnet. Und ich glaube, dass er eine interessante Rolle hier spielen kann. Deswegen, also mein Pick ist jetzt hier Darby Allen durcheinander und dann eben durch, ich bin ein bisschen cleverer und rolle MJF ein. Was ist dein Pick? Ja, also kann ich mir vorstellen. Macht auch Sinn. Aber ich muss bei dem bleiben, was ich gesagt habe. Ich kann mich jetzt ja nicht umstimmen lassen. Deswegen sage ich trotzdem MJF. Dann machen wir weiter mit einem False Count Anywhere Six-Man Tag Match. Da ist der Being the Elite Kai ganz vorne mit dabei. Wir haben auf der einen Seite den Superclick Adam Cole und die Young Bucks. Und auf der anderen Seite Christian Cage und den Jurassic Express. Und die beiden Teams haben sich ja schon, ich sag's mal, ordentlich besorgt. Es gab die Attacken erst von den Young Bucks und Adam Cole gegen die Babyfaces, wo unter anderem ja Jungle Boy hier von der Bühne geworfen worden ist. Zuletzt haben wir das Concerto gesehen von Christian und dem Jurassic Express, unter anderem gegen Adam Cole. Aber, was auch eine interessante Personalie ist hier vielleicht, wir haben beim aktuellen Dynamite, also wir nehmen den Podcast ja hier nach Dynamite, aber vor Rampage auf. Logischerweise, weil er auch vor Rampage erscheint. Aber wir haben ja diese Konstellation mit Bobby Fischer auch gehabt, der jetzt hier im Dunstkreis, sag ich mal, von Adam Cole mit hineinkommt. Und wie es die Young Bucks ja schon gesagt haben, wir haben hier keinen Dispute, wir haben keinen Streit, keinen schlechter Wortwitz und so, Dispute und Error bei uns. Deswegen, wenn Adam sagt, du bist cool, dann bist du cool. Und der kriegt ja auch noch ein Match gegen Jungle Boy bei Rampage. Glaubst du, dass Bobby Fisch hier eine Rolle spielt? Oh, schwierig. Also, ich würde es blöd finden, wenn er eingreift, wenn ich ehrlich bin. Also, ja, es macht Sinn, Adam Cole, Kenta, okay, hat jetzt auch angegriffen und hier, aber das wäre jetzt so vier Tage gefühlt vor dem Event, auf einmal taucht Bobby Fisch auf, das fände ich doof. Dafür geht jetzt die Fede zwischen Christian und dem Lucha Express. Ach, dem Lucha Express, ich habe gerade Zeile verrutscht. Und dem Jurassic Express. Ich war schon mal der Lucha Brothers. Zwischen Christian und dem Jurassic Express und der Superclick. Dafür geht jetzt schon zu lange, um da jetzt so als Entscheider, sage ich, einfach noch Bobby Fisch reinzuschmeißen. Das würde mich nerven. Bin mal gespannt auf das Match jetzt bei Rampage. Ich hoffe auch da, dass dann Jungle Boy den Sieg holt. Muss aber trotzdem sagen, ich habe ganz, ganz doll Bock auf diese Paarung hier. Ich glaube, da gibt es richtig viele krasse Spots. Da wird Tag-Team-Action gezeigt durch verschiedene Moves. Leute fliegen durch Tische. Also, ich glaube, das wird so ein 20, 25 Minuten Ding, wo man sagt, leck mir eine Socken. Also, ich habe da ganz, ganz viel Bock drauf. Ich muss ja sagen, Streitpunkt immer noch auch zwischen Chris und mir. Christian Cage bin ich kein großer Fan. Ich finde auch, Christian Cage sollte aufhören, Spir zu verwenden, weil das ganz, ganz schrecklich aussieht, meiner Meinung nach. Aber ich finde trotzdem, ich mag die drei zusammen. Ich finde die ganz witzig. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass man das Concerto so gefühlt gar nicht verkauft hat. Ja, das hat mich auch gestört, ja. Also, klar hat sich Adam Cole im Match gegen John Silver mal so dreimal am Kopf gepackt. Und dann wurde gesagt, ah, der hat dein Concerto kassiert. Aber das fand ich ein bisschen blöd, weil das ist ja schon eigentlich ein heftiger Move. Ich habe hier einfach einen extremen Bock drauf. Glaube aber leider, ich bin übrigens großer Jurassic Express Fan, ne? Also, ich will, dass die AW-Tag-Team-Champs werden. Ich liebe die. Ich glaube aber leider, dass hier dann die Superclick gewinnt. Weil man kann Adam Cole, der holt zwar seine Sieger, aber du kannst ihn jetzt hier nicht irgendwie so verlieren lassen und doof darstellen, meiner Meinung nach. Ja, das ist auch genau mein Punkt, ehrlich gesagt. Wir haben Adam Cole natürlich hier, der ist auch noch undefeated. Und das ist auch sein erster Pay-Per-View-Auftritt. Das heißt, da geht es hier um ein bisschen was. Und zugleich glaube ich, dass es weder dem Jurassic Express noch Christian Cage schaden würde, wenn sie hier Niederlage einstecken. Man kann es ja auch klar und deutlich machen. Die einen sind vielleicht, die Superclick ist halt die Superclick. Die kennen sich seit Ewigkeiten. Die sind das bessere Team vielleicht im Vergleich zu Christian Cage und dem Jurassic Express. Zugleich mag ich es aber auch, wie das Storytelling hier verlaufen ist. Weil das zieht sich jetzt ja auch schon über eine relativ lange Zeit hin, dass sich da dann auch die Fronten quasi so verhärtet haben. Mag ich sehr gern. Mir geht es genauso wie dir. Also ich erwarte mir hier einfach einen riesengroßen Brawl. Ich meine, wir haben es ja jetzt schon gesehen. Da sind Stühle zum Einsatz gekommen, Tische zum Einsatz gekommen. Da kann doch gerne viel, viel mehr obendran kommen. Also ich möchte hier die spektakulären Aktionen sehen. Wir haben mit dem Jurassic Express und den Young Bucks zwei der besten Tag Teams, die wir bei AW haben hier im Match. Und gibt da Vollgas. Also ich will da einen wilden Brawl sehen. Ich möchte ganz viele krasse Aktionen sehen. Ich möchte Gewalt sehen. Ich will auch ein bisschen Humor sehen. Das gehört auch zu beiden Gruppierungen dazu. Aber in der Gänze möchte ich einfach richtig geiles Chaos hier haben. Gib denen 15 Minuten, 20 Minuten und dann ab die Post. Ich glaube, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Ich überlege gerade, was ich jetzt noch analysieren soll. Aber ich glaube, das haben wir schon getan. Und ich freue mich einfach auf das Match, weil ich alle Beteiligten einfach mag. Ich kann mir vorstellen, dass das trotzdem noch so dann versucht wird, dass Jungle Boy hier noch sein Spotlight bekommt. Weil er ja auch eine dieser Säulen von AW ist und da auch immer genannt wird. Und er jetzt auch so ein paar Siege holen durfte in letzter Zeit. Also mit dem wird man ja auf jeden Fall noch was machen. Deswegen glaube ich trotzdem, dass man ja auch versucht, Jungle Boy seine Spots zu geben. Ja, der ist ja auch bei den Babyfaces hier so die Hauptperson, wenn man ehrlich ist. Das ist der Wichtigste in der Gruppe. Und ich glaube, das wird am Ende darauf hinauslaufen, dass quasi seine Teampartner ausgeschaltet sind und er alleine den dreien gegenübersteht, kämpft und kämpft und kämpft. Und dann gibt's den Triple-BTE-Trigger und dann ist es irgendwann vorbei, nachdem er alles gegeben hat. Weil das ist das, was Jungle Boy eigentlich immer macht. Der kämpft bis zum Geht nicht mehr, bis er umfällt. Und ich glaube, das werden wir dann hier haben. Deswegen ist mein Tipp hier eben auch, dass die Superclick gewinnt. Und bei dir ist es genauso, oder? Ganz genau. Ganz genau. Wir sind uns so einig. Kommen wir zum nächsten Match. Und das ist das Match um die AEW World Tag Team Championship. Wir haben die amtierenden Champions. Das sind die Lucha Brothers. Penta El Cero Miedo und Ray Phoenix, begleitet von Alex Abrahantes. Die treffen natürlich auf FTR. Dex Harwood, Cash Wheeler, begleitet von Tully Blanchard. Das sind natürlich die AAA Tag Team Champions. Und wir hatten natürlich jetzt hier so eine große Fede, Tag Team Fede zuvor gehabt. Wir haben gerade schon All Out angesprochen mit dem Cage Match zwischen den Lucha Brothers und den Young Bucks. Unfassbar geiles Match. Und sag mal so, der Titel ist jetzt wieder so ein bisschen, er ist schon ein bisschen abgekühlt, würde ich sagen. Aber man hat natürlich hier trotzdem zwei großartige Tag Teams, die aufeinander getroffen sind. Inklusive natürlich den AAA Belts, die man hier eingebaut hat mit den verkleideten FTR. Wie findest du hier den Fädenaufbau und was erwartest du hier vom Match? Also da war ja dann doch immer ganz gut noch Aggressivität drin. Und ob man jetzt noch den AAA-Belter hätte reinbringen müssen, ja gut, okay. Also Spotlight für den Belt. Aber ich finde auch dadurch ist auch gerade, sind auch die AW World Tag Team Championships so ein bisschen ins Hintertreffen geraten, meiner Meinung nach. Und es sind so, ach so, okay, um die Belts geht's. Okay, alles klar. Ja, also ich bin mal gespannt. Also hier gab's ja noch ordentliche Beatdowns, auch gerade hier, wenn ich mich nicht täusche, hat auch hier Alex Abrahantis eine ordentliche Bombe abbekommen im Verlauf der Story, wo er dann so ein Flatschen im Gesicht hatte. Ja. Also das ist alles okay. Das lässt mich jetzt nicht aus dem Stuhl springen. Und ich muss trotzdem sagen, ich bin gespannt auf die Paarung, weil ich hab's ja schon lange gesagt, ich war schon bei WWE nicht der größte Revival-Fan. Ich bin auch nicht der größte FDR-Fan, da hat sich jetzt nicht viel geändert. Also mal schauen, ob sie mich jetzt hier überzeugen. Also weil ich kann auf jeden Fall wertschätzen, was die können und dass sie ein gutes Steel-Tech-Team sind und yo, alte Schule und sowas. Mal schauen. Also ich bin da bei denen immer so ein bisschen verhalten, weil bei mir klicken die noch nicht so wirklich. Und die Lucha Brothers liebe ich. Nach wie vielen Jahren? Ja, nach sieben Jahren oder so klicken die immer noch nicht bei mir. Die Lucha Brothers liebe ich. Okay. Da mach ich mir keine Sorgen. Gute Aktion. Ray Phoenix, weil da Hauptsache viel rumspringen. Damit holt man mich ab. Mit so einer Lucha-Do-Aktion. Nicht so alte Schule-Wrestling und sowas. Kann gar nix. Wir haben natürlich jetzt hier wirklich krasse Gegensätze, die sich hier im Ring treffen. Mit FDR, du hast es schon angesprochen, Oldschool, 80er-Style. Auch immer wieder die Referenzen, die sie mit reinbringen. Und dann eben Lucha Brothers mit dem High-Flying, was die eben dann perfektioniert haben einfach. Und zugleich eben diese Heel-Face-Konstellationen, weil es ist ja absolut klar. Und hier, die FDR wird ja auch nicht bejubelt. Also die werden ja trotzdem ausgeboot. Das ist ja bei vielen anderen Heels bei AEW nicht so. Aber die werden ja wirklich hier nicht gemocht. Obendrein natürlich auch die Geschichte mit, ja, dass wir noch einen Tully Blanchard draußen haben. Auch das finde ich wiederum spannend, was mal gucken, ob man den noch irgendwie eingreifen lässt. Aber ich erwarte mir hier einfach ein richtig geiles Tag-Team-Match. Ein klassisches Tag-Team-Match. Hier soll es kein großes Chaos geben, sondern ich möchte hier wirklich sehr schöne, klassische Tag-Team-Arbeit sehen. Ich möchte sehen, wie Penta isoliert wird. Ich möchte sehen, wie Penta kämpft. Ich möchte den Hot-Tag zu Rey Fenix sehen. Rey Fenix, der Ape-Shit geht und alle möglichen krassen Sachen macht mit den beiden. FDR, die dann noch mal das Kommando übernehmen. Dann nächste Hot-Tag-Phase. Ich möchte das wirklich hier schön ausgebreitet von mir sehen. Ich möchte, dass FDR, wie die cleveren Heels aussehen, diese Nummer sind. Ich möchte, dass Lucha Brothers, wie die Helden aussehen, diese Nummer sind. Aber ich glaube, am Ende sollten es dann hier die Lucha Brothers sein, die den Sieg davon tragen, weil, hey, die haben den Titel erst gerade seit quasi einem Pay-Per-View. Jetzt den Titel schon wieder wechseln zu lassen, würde nicht dazu passen. Und will ich ehrlich gesagt auch gar nicht sehen. Ich möchte die noch ein bisschen länger haben, wie es bei dir. Ja, ich habe ein bisschen Angst übrigens, dass die Isolationsphase dann wieder zu lang dauert. Und so, jetzt wird sie wieder zehn Minuten isoliert. Und dann sagt Olaf wieder, zum Glück ist Olaf da nicht dabei. Aber dann würde, dann höre ich in meinem Hinterkopf, wie er sagt, das gehört aber zum Match, sonst wäre der Rest nicht besonders. Und ich schreibe dir dann so, während ich gucke, die ganze Zeit Nachrichten. Neun Minuten, ja, zehn Minuten, weiter, los, isolier ihn. Dreh das Bein, dreh das Bein. Das ist, ja. Aber ich muss übrigens noch sagen, dass ich gerade die Aussage mit hier Jurassic Express und Christian Cage und die Superclick haben, dass ich gleichzeitig besorgt, sehr komisch fand. Aber es liegen lassen, tut mir leid. Ich wollte sagen, dann habe ich es vergessen, weil ich, glaube ich, über Christian Cage herziehen wollte und sein Spiel. Da war ich dann woanders. Aber ich bin trotzdem bei dir, dass die Lucha Brothers die Titel hier behalten sollten. Die sind erst frisch Champion geworden. Also jetzt die Dinger direkt wieder zu verlieren, das wäre blöd. Ja, deswegen. Aber wie gesagt, das ist auch ein Match, das hat für mich so ein bisschen Showstealer-Qualität, muss ich dazu sagen. Ich schätze beide Teams extrem. Ich finde, die Konstellation hier funktioniert auf dem Papier. Und ich erwarte mir einfach ein richtig cooles Tag-Match. Also das ist auch was, wenn das hier ausreichend Zeit bekommt, um die Geschichte zu erzählen, dann kann das auch über die vier Sterne auf jeden Fall drüber gehen, um mal diese alte Bewertung auszupacken. Oder über die sechseinhalb Bananen, wenn man das so runterrechnet. Aber ich habe da Bock drauf. Ich erwarte keinen Titelwechsel, sondern ich denke dann eher, dass das einfach ein gutes Tag-Match wird und wir dann hier am Ende die alten und neuen Champions haben. So, wir haben noch vier Matches auf der Card. Machen wir weiter mit dem nächsten Titelmatch. Das ist der Kampf um die AEW Women's World Championship. Wir haben auf der einen Seite Britt Baker, DMD, begleitet von Rebel und wahrscheinlich auch von Jamie Hayter. Und dann auf der anderen Seite Tay Conti, begleitet von einer J. Das Match ist jetzt kein groß aufgebautes Tag-Team-Title-Match hier. Was wir auf der Card haben, muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Also, das Damenwrestling hat zwar so seine Position hier natürlich, aber ist jetzt nicht gerade die prägendste Fede, die wir hier auf der Card haben. Trotzdem, Tay Conti, eines der, ich sag's mal, hauseigenen Talents, was man hier hat, die sich extrem entwickelt hat über die letzten Jahre, seitdem sie bei AEW ist, bekommt jetzt hier erneut eine Titelchance gegen Britt Baker. Was erwartest du dir hier vom Match? Also, ich glaub schon, dass man hier auch einer Tay Conti ihre Bühne gibt, dass sie auch mal zeigen kann, wie sie sich entwickelt hat und auch dann mal sich auf der großen Bühne zu präsentieren in eben einem World-Title-Match. Ich glaub, das tut sie auch ganz gut, um sie da so auf die Karte zu bringen. Trotzdem, also eine Britt Baker, die wird ja so ein bisschen in eine Bredouille kommen, ne? Und dann denkst du so, ah, vielleicht passiert das doch. Aber eine Britt Baker wird ja das Ding gewinnen. Ähm, die Frau ist der Star der Women's Division. Also, da muss, glaub ich, noch viel passieren, bis die irgendwann ihren Titel verliert. Das Problem ist, dass derzeit noch so ein bisschen das große Talent, das große Verfolgerfeld fehlt eben noch innerhalb dieser Women's Division. Also, man hat natürlich jemanden wie Thunder Rosa noch hinten dran, die man da problemlos aufgrund der Vergangenheit mit Britt Baker in die Fede reinstecken kann. Aber ich find's auch ganz cool, dass wir jetzt mal mit Tay Conti halt eben ein neues Gesicht haben, die sich dann hier beweisen kann. Und Britt Baker hat auch in den Interviews im Vorfeld jetzt schon die ordentlich, ja, overgetätigt, overgetan, overgeputtet, wie auch immer man's formulieren möchte, hat gesagt, das ist eine Athletin mit, so einer hab ich noch nie im Ring gestanden, also viel größer geht's gar nicht, weil Tay Conti ist ja wirklich auch, ja, eine Athletin. Also wirklich jemand, der einen realen Kampfsport-Hintergrund hat, mit, ja, in der Auswahlprozess zum brasilianischen Olympiateam im Jiu-Jitsu, im Schwarzbelt, im Judo, also schon eine ganz, ganz große Nummer einfach, ne. Und die ist halt eben, die ist wohlgemerkt, bei der Auswahl zur Olympiade, das war nicht Jiu-Jitsu, es war Judo, bevor ich's jetzt hier falsch sage. Und die hat halt schon ihre Geschichte, ne. Hat natürlich mit NRJ hier auch ihre Tag-Team-Partnerin mit dabei und die beiden kommen ja gut an. Ich erwarte mir ja auch ein solides Match. Ich glaub auch, dass jemand hier mit vielen Nearfalls arbeiten wird, dass es so aussehen wird, als könnte Tay Conti das Ding hier gewinnen, aber mir fehlt der Glaube für einen Titelwechsel, ganz einfach. Ich glaub, Britt Baker wird das hier machen. Ja, absolut. Und die Fede war ja auch relativ einfach aufgebaut, natürlich auch mit einem Beatdown dann noch mal von Baker und Rebel dann an NRJ nach dem Match bei Rampage und dann eben Tay Conti dazu. Und dann danach wurde ja das Match zwischen den beiden angekündigt. Und seitdem brodelt ja die Fede so hin und her, ohne aber auch, das stört mich hier so ein bisschen, ich find die Fede jetzt nicht persönlich oder so, sondern die ist halt eher klassisch und so und eher ruhig. Deswegen erwarte ich hier keinen Titelwechsel. So, zwei Matches haben wir noch. Nee, drei. Machen wir erst mal weiter mit dem großen Minneapolis Street Fight. Wir haben auf der einen Seite den Inner Circle, nämlich Chris Jericho, Jake Hager, Sammy Guevara, Santana und Ortiz. Auf der anderen Seite haben wir das American Top Team, Junior DeSantos, Andre Ardowski und Dan Lampert, sowie Man of the Year. Und es wird wahrscheinlich auch ganz viel Entourage noch beim American Top Team dabei sein. Also beispielsweise Paige Van Zandt dürfte dabei sein, Austin Vandervoort dürfte ebenfalls dabei sein. Und alles andere werden wir dann mal sehen, wer sich da noch so durch die Gegend schleicht. Die Fede zwischen diesen beiden Gruppierungen geht jetzt ja schon eine ganze Weile und hat jetzt ja zuletzt bei Dynamite noch den Höhepunkt gefunden mit einer, na, ich sag's mal, etwas wackeligen Top-Rope-Powerbomb von Dan Lampert gegen Chris Jericho. Der hat einfach gesagt, ich spring jetzt. Ich hab keine Zeit mehr, ich spring jetzt. Das sah ein bisschen so aus. Aber Kai, es ist so ein bisschen schwierig, weil diese Fede, die polarisiert ja, da muss man sich nichts vormachen. Auch American Top Team polarisiert ja. Man muss aber sagen, natürlich Leute wie Junior Dos Santos und André Orlovsky, das sind halt große Namen, ne? Also, große Stars eigentlich, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, das sind alles gefährliche Typen. Oder auch, also, die Typen auch dann auf männlich und weiblich bezogen. Die können alle was. Und auch gerade so Junior Dos Santos und André Orlovsky, die haben schon den ein oder anderen Belt gewonnen. Übrigens, Junior Dos Santos sieht einfach eins zu eins aus wie das Kind von Popeye und Randy Orton. Das finde ich komplett geisteskrank. Wirklich, als hätten die beiden eine gute Nacht gehabt und der wäre rausgekommen. American Top Team, ne? Dan Lambert. Finde ich echt unterhaltsam. Ich finde, Dan Lambert kann man unfassbar gut hassen. Der hat so eine richtig hassbare Fresse. Das mag ich. Ich finde, der macht das echt gut. Promo ist natürlich auch so, ja, manchmal bis die 0815. Aber ich finde, der kann gut hinziehen. Ich habe da eher mein Problem mit Ethan Page und Scorpio Sky. Weil, ja, die sind eben da, weil sie Wrestler sind natürlich. Und die machen ihre Sache auch nicht schlecht. Ich finde die aber viel, 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 viel weniger interessant, also wenn die reden, als wenn Dan Lambert redet. Weil das finde ich irgendwie dann noch mindestens witzig. Genau, wenn er sich so ein bisschen aufregt und wenn Jericho kontert, hahaha, das finde ich ganz gut. Und bei Ethan Page und Scorpio Sky sagen wir so, ja, lass einfach sehr viel rumbrüllen. Und dann passt das schon. Ich habe trotzdem Bock auf das Match. Weil natürlich gerade auch auf das Aufeinandertreffen mit einem Chris Jericho und einem Dan Lambert, das wird man auskosten. Und er wird auch sicherlich dann irgendwann durch den Ring krabbeln oder sowas vielleicht den Jericho hinterher. Da wird es viele Beatdowns geben. Alle greifen ein. Ich bin auch sehr gespannt, wie sich die, die wirklichen Kämpfer schlagen. Also auch wie sich ein Junior dos Santos und einen André Orlowski schlagen. Weil ich fand jetzt auch, manchmal merkst du in diesen Beatdowns, dass sie dann eher noch versuchen, sehr vorsichtig zu sein. Ja, ja. Weil sie dann, weil ich glaube halt auch, wo die hinhauen, da wächst auch kein Gras mehr. Also es ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie vorsichtig sind. Bin mal gespannt, wie das aussieht. Weil du hast ja letztendlich beim American Top Team und Man of the Year Team, hast du zwei Wrestler, dann zwei sehr, sehr gute Sportler, die aber kein Wrestler sind, und Dan Lambert, der eine Powerbomb schon nicht so sauber macht. Also das kann alles und nichts werden. Und ich glaube auch, dass da gerade diese Stipulation mit dem Streetfight allen sehr in die Karten spielt. Deswegen ist die ja auch logischerweise da. Ja, klar. Aber zum Thema, wenn die mal zuhauen, dann passiert was. Wenn man sich die MMA-Quoten der beiden mal anschaut, also André Orlowski hat 54 Matches bestritten, davon 32 gewonnen, 17 davon durch K.O. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und bei Junitor Santos ist das noch ein bisschen deutlicher. Der hat 30 Matches bestritten, hat davon 21 gewonnen und davon 15 durch K.O. Also der hat mal eben fast drei Viertel seiner Kämpfe durch K.O. gewonnen. Und das ist schon eine solide Hausnummer. Wenn die wollen, könnten die wahrscheinlich alle umhauen einfach. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Minneapolis Streetfight spielt natürlich ja die ganze Geschichte in die Karten, wie du schon richtig gesagt hast. Das wird durcheinander gehen, das wird um den Ring herum passieren. Da muss ja auch gar nicht, also selbst mit Dan Lampert, der muss ja da nicht wrestlen, sondern der kann auch, da kann man ein bisschen raufen, da kann man ein bisschen schlagen, Dirty Boxing, mit Gegenständen da hantieren, würgen, all sowas. Das heißt, das wird kein schöner Kampf. Also davon können wir ausgehen. Was wir hier haben werden, ist ein riesengroßes Chaos und wahrscheinlich auch jede Menge Gegenstände, die zum Einsatz kommen werden und einfach ein riesen Durcheinander. Das erwarte ich mir hier und das möchte ich sehen. Und am Ende gehe ich davon aus, dass Dan Lampert hier seinen Maul gestopft bekommt. Ich glaube auch, allein durch die Powerbomb, durch die Walls of Jericho, die wir da noch gesehen haben, durch den Lion Tamer, ich glaube, hier muss die Revanche kommen. Oder glaubst du, dass die Bösen hier gewinnen? Also ich fände es trotzdem krass, wenn jetzt auch so ein Dorsantos und ein Orlovski in ihrem ersten Match verlieren. So, weil, wie du sagst, das sind eben große Namen, jetzt vielleicht in Deutschland eher weniger, aber so in der UFC-Community, die kennt man eben. Das sind krasse Typen und ich glaube, in einem Inner Circle würde eine Niederlage gar nicht mal so wehtun, aber es wäre vielleicht doof, auch für einen Sammy Guevara, der ja eben TNT-Champion ist. Das ist da so ein bisschen mein Problem bei. Und letztendlich wollen wir doch auch alle sehen, wie dann Jericho und Dan Lambert in die Schnauze haut. Ja, es muss natürlich dann irgendwann diesen Moment geben, wo beide allein im Ring stehen oder auf der Bühne oder was auch immer, also auf jeden Fall auf einer erhabenen Position und ist dann klar, ist so, nee, jetzt kannst du hier nicht mehr wegrennen und jetzt ist halt hier One-on-One, oder vielleicht sogar der gesamte Inner Circle gegen Dan Lambert. Also irgendwie so eine Möglichkeit wird es halt eben geben, damit man diesen Feel-Good-Moment quasi noch hat. Aber erwartet euch hier kein technisches Leckerbissen, das wird eher eine ruffe Art und Weise und ich kann mir auch vorstellen, gerade wo du angesprochen hast, hier mit vorsichtig umgehen, ich kann mir auch vorstellen, dass da vielleicht das eine oder andere blaue Auge oder die eine oder andere Platzwunde irgendwie zustande kommen, einfach weil es dann passiert, weil du drei Wrestler, beziehungsweise drei Leute hier mit Outside-Personal noch sogar fünf dann im Zweifelsfall, die dann nicht Wrestling trainiert haben, großartig. Mein Junior DeSantos trainiert Wrestling schon ein bisschen länger, bei André Olowski weiß ich es nicht, Dan Lambert weiß es auch nicht. Ich glaube, dass da manchmal auch ein Schlag vielleicht ein bisschen zu hart durchkommen kann und ich glaube, da wird es ein bisschen rougher zur Sache gehen, aber ich glaube, das kann die Leute vom Inner Circle auch ganz gut vertragen. Ja, also mein Pick ist hier einfach mal der Inner Circle. Wie ist es bei dir? Ja, sage ich auch. Also allein für diesen Feelgood-Moment. Okay. Dann haben wir noch zwei Matches. Wir haben auf der einen Seite noch das Match um das Titelmatch um die AEW World Championship, nämlich das Finale des Eliminator-Tournaments und da treffen natürlich Bryan Danielson und Miro aufeinander und ja, Miro ist ja hier so ein bisschen zufällig eher reingerutscht aufgrund wiederer Umstände. Wir kennen die Geschichte John Moxley, der sich in Therapie begibt aufgrund von Alkoholproblemen, hat er ja öffentlich gemacht und hat gesagt, jetzt bin ich erst mal raus und gebe mich erst mal in Behandlung. Auch da natürlich ganz, ganz großen Respekt, das auch so öffentlich zu machen und sich dann auch Hilfe zu suchen. Das ist das Wichtigste, Hilfe zu suchen und anzunehmen. Wir sind ja alle davon ausgegangen, dass wir eigentlich hier Bryan Danielson gegen John Moxley bekommen. Was sagst du jetzt zu der neuen Ansetzung hier mit Miro? Ich finde, sie haben da gut reingepackt, also auch gerade, dass er dann bei Orange Cassidy sehr dominant war, dann auch durch den Aufgabeggriff, also Miro, der kann ja auch gut Gewalt anwenden, ne? Und du hast ihn aber direkt reingepackt und merkst, okay, das ist auch eine Bedrohung für einen Bryan Danielson. So, das ist jetzt kein, ja komm, wir packen jetzt irgendeinen hin und der läuft da locker durch, sondern das wird hier ein harter Kampf, das wird hier ein Fight werden und Bryan muss auch ordentlich leiden, glaube ich. Ich muss trotzdem sagen, ist ganz subjektiv, ich finde Miro immer noch nicht mega interessant. Also, egal, ob er seine Promos hält, egal, ob er jetzt hier irgendwie, diese ganzen Kämpfe, die er hatte, dieses Redeemer-Ding oder hier Gods-Favorite-Champion, was er jetzt nicht mehr ist, aber das holt mich alles nicht ab. Ja, ja, aber ich finde, dass er gerade durch diese aggressive Art extrem dazugewonnen hat. Also, ich finde, da hat man schon auf einem gewissen Punkt den richtigen Weg genommen und gerade dieser, ja, dieser Psycho-Charakter, den er auch immer wieder dargestellt hat, der hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also, ich finde, da hat man schon einiges richtig gemacht. Ich bin auch, ich bin auf deiner Seite, aber auch zugleich nicht. Irgendwie. Aber ich glaube, dass dieses Match hier durchaus schon so ein bisschen Foreshadowing betreiben kann in Richtung Main-Event. Weil die Frage ist ja, wenn jetzt hier Brian Danielson gewinnt, bedeutet das, dass Kenny Omega den Titel behält? Und wenn Miro gewinnt, bedeutet das, Adam Page gewinnt das Ding und Miro wird der erste Herausforderer? Okay. Boah. Also, bei aller Liebe, ne, brauchen wir jetzt Miro gegen Adam Page als erste Fede von Adam Page. Ja, ich weiß, erste Verteidigung und sowas alles, ne, aber, also, ich persönlich brauche es nicht, ne, um, um da mal vorzugreifen. Und, letztendlich, also, wenn man es jetzt so runterbricht, ne, mit dem Foreshadowing, ist auch die Sache, ja gut, gewinnt jetzt Miro, obwohl er nur als Ersatz reingekommen ist, also, ne, kann man jetzt ja alles irgendwie auseinandernehmen. Ich sage, ihr habt nämlich Vertrauen in unseren Jungen, Brian Danielson holt ihn heim. Der holt sich den Schlott. Der holt ihn heim. Der holt den Pott. Ja. Eine Hand hat er schon dran und jetzt, Samstag, kommt die zweite dran. Miro kann einpacken. Ja, ähm, ich glaube auch eher an den Sieg von Brian Danielson. Aber das wird auch so ein Match werden, wie wir die ganzen letzten Matches von Brian Danielson, gerade gegen die größeren, stärkeren Gegner. Also, der wird auch hier wieder leiden müssen, Absolut. Also, der wird ordentlich einstecken müssen. Wie wir ja gesagt haben, Miro, richtig Bock auf Gewalt. Da gibt's fiese Dritte, fiese Schläge. Also, das wird kein einfacher Marsch. Das wird so ein 15-Minuten-Ding, kann ich mir gut vorstellen. 15 plus Minuten. Ja. Ja. Denke ich auch. Ähm, aber ich nehme hier auch Brian Danielson, weil auch hier, ich glaube nicht, dass man jetzt schon diese Winning-Streak, auch wenn die Winning-Streak mit dem Unentschieden begann, aber ich glaube auch, dass wir hier einen Sieg von Brian Danielson bekommen. Ähm, nicht, nicht gegen Miro, sondern eher pro, äh, Brian Danielson. Ich möchte sehen, wie er dann auch, äh, in Richtung Main-Event geht und ganz ehrlich, ich würde auch Hangman Adam Page gegen Brian Danielson nehmen. Absolut. Also, das ist doch auch eine geile, eine geile Match-Ansetzung. Ähm, und insofern, aber ich erwarte mir hier halt echt ein hart geführtes Match zwischen den beiden und, ähm, das sind ja zwei ehemalige, ich sag mal, WWE-Guys, die vor gar nicht allzu langer Zeit noch bei WWE gerasselt haben. Ich bin sehr gespannt, ähm, wie das Ding auch stilistisch hier anders sein wird, als, äh, so manche, äh, Konfrontationen, die wir bei den beiden mal gesehen haben. Also, bin ich gespannt drauf, hab ich Bock drauf, Miro gefällt mir ganz gut, Brian Danielson ist bei mir eh immer, über jeden Zweifel erhaben und der ist ja, also, keine, da muss man auch mal sagen, Brian Danielson, was der jetzt hier für Matches abgeliefert hat, ist kranker Scheiß, oder? Ja, also, ich find bei jedem Match, was er bestreitet, du siehst, der hat richtig Bock, ne? Also, der hat richtig Bock zu wrestlen. Ja. Das ist ganz geil. Ja, weil er hat ja richtig Bock, auch die verschiedenen Gegnertypen zu wrestlen. Ja. Jetzt Rocky Romero und dann noch mal Miro und dann noch mal ein Suzuki dazwischen. Ach komm, und hau mir noch einen Eddie Kingston um die Ohren, ist mir auch egal, ne? Ja, hau mir noch Eddie Kingston auf die Brust wohl, ja. Ja, genau. Ja, genau, so ist es. Und, äh, also, nehmen wir beide Brian Danielson? Ja. Okay. American Dragon Standing Tall. Okay, dann haben wir den Main Event. Es ist das Match um die AEW World Championship. Wir haben Kenny Omega, ähm, begleitet auf jeden Fall von, ähm, Don Callis natürlich. Den haben wir jetzt ja zuletzt wieder zurückkommen sehen mit dem schlechtesten Klebebart, den ich seit langem im TV gesehen habe. Und, ähm, er trifft natürlich auf den Hangman Adam Page, den Sieger der, ähm, des Casino Leitermatches. Und, ja, die Fähle der beiden, die geht jetzt ja schon gefühlt Ewigkeiten, Tag-Team-Partner, Gegner, äh, Adam Page scheitert, ist am Boden, steht wieder auf, kommt zurück, findet sein Selbstbewusstsein wieder, und so weiter und so fort. Ähm, sicherlich eine der, der großen Fäden, die wir bei AEW insgesamt haben. Und jetzt ist die Frage, glaubst du, das mündet jetzt hier mit dem Titelwechsel? Ich will erst noch mal ein bisschen rumtänseln und noch meinen Selbst dazu geben, bevor ich... Tinsel mal. Ja, Also, ich, also, weil du gesagt hast, hier Hangman Adam Page, der immer seinen, seinen Willen wieder gefunden hat, mochte ich auch ganz gut, wie es dann hier von Omega hieß, so, nee, wir haben dich immer wieder in den Sattel gesetzt, so, das war's nicht du, wir haben dich immer motiviert, komm, gib noch mal Gas, mach noch mal, greif noch mal an. Das fand ich ganz schön auf die persönliche Ebene, wie es geht. Ich muss auch sagen, natürlich, Asher auf mein Haupt, ich hoffe hier auf ein sehr gutes Pre-Match-Video, das auch mich noch mal abholt, weil ich ja eben, ne, nicht alles so krass mitbekommen habe, was mich echt ärgert, muss ich sagen, gerade bei der Fede, weil man halt auch merkt in der Promo, da steckt viel drin, da steckt viel hinter und ich habe eben vieles nicht mitbekommen, das fuchst mich so ein bisschen, deswegen hoffe ich, dass sie mir hier nur so ein schönes Sechs-Minuten-Ding zusammenschnibbeln, dass ich da komplett auch im Bilde bin, das würde ich mir diesmal sogar wünschen. Es gibt, ganz kurz, es gibt auf YouTube einen richtig geilen Zusammenschnitt mit der Musik von, na, Limp Bizkit, also quasi in dem Stil von dem Steve Austin The Rock WrestleMania 17 Hype-Video, richtig geil, auch was die verschiedenen Momente aufzeigt, die hier geschehen sind, auch den Aufstieg und den Fall von Hangman at the Page und all sowas, muss man natürlich ein bisschen Vorwissen haben, aber für euch da draußen, schaut mal nach, also das lohnt sich auf jeden Fall. Gut, das werde ich mir auch anschauen, also da habe ich Bock drauf. Und, ja, jetzt hier eben zu der Frage der Fragen, ne, wir hatten es ja schon mal im letzten Podcast so ein bisschen, wo wir gesagt haben, ja, die beiden und ich habe immer noch meine Bedenken, ob der Hangman als Champion so das Aushängeschild von AW sein kann, weil das ist der Champion eben, ne, der Champion ist der Haupttyp, das ist das Ziel und ich mag den, ich liebe Cowboy-Shit, so, damit kriegst du mich sowieso, ich fände richtig geil, auch, also, auch klamottentechnisch, 1A, ne, trägt der Kai auch zwischendurch. Vielleicht, Schlafzimmer. und und auch Entrance-mäßig, 1A und ich finde, den will man einfach mögen. Das ist ein geiler Typ, aber ich weiß eben nicht, ob er dieses Superstar-Champion-Potential hat und da tue ich mich noch ein bisschen schwer, weil Kenny Omega ist schon eine Hausnummer, aber eigentlich müsste, also, wenn er ihn besiegt, dann jetzt, weil danach ist vorbei, weil danach gibt's dann vielleicht Omega gegen Danielson oder sowas und dann ist das Hangman weg und dann ist er wieder gescheitert und mal gucken, wann er sich wieder in den Sattel setzt. Also, wenn's passiert, dann muss es jetzt passieren, ich glaub nicht dran, aber ich glaub, ich würd's cool finden. Ich würd mich freuen für Adam Page und ich hoff dann auch, dass wenn sich, die Leute würden sich so auf jeden Fall freuen, dass sie sich dann aber nicht nur dieses typisch ah, der Face gewinnt den Belt für eine Woche freuen, sondern, dass er noch das Momentum in den nächsten Monate tragen kann, weil das wär extrem wichtig. Mhm. Ich bin ja auch hin und her gerissen, auch grade mit dieser Aussicht, dass Brian Danielson da im Hintergrund noch wartet. Ähm, ich find aber, das wär halt so ein geiler Moment und du hast gemerkt, wie heiß die Crowd auf Hangman Adam Page ist und ich bin da auch komplett bei dir. Also, ich seh's nämlich auch so, dass, ähm, ich glaube, du darfst eben, äh, den richtigen Moment nicht verpassen, ganz oft im Wrestling. Und ich glaube, für Adam Page wäre das jetzt der Moment. Du kannst das machen, wenn das Match entsprechend läuft, ähm, kannst du hier einen Star machen und wenn du die Geschichte entsprechend erzählst, dann kann Adam Page dadurch extrem profitieren. Aber, es bleibt halt immer ein bisschen Ungewissheit dabei, ne, ob man das jetzt wirklich macht, weil Kenny Omega ist ein super Champion. Also, ich find, der, der, der passt hier, extrem gut zu AEW, der hat da eine gute Vormachtstellung, Babyface Champions haben, das hab ich auch letztes Mal gesagt, schon, ähm, traditionell, äh, schwerer, ähm, bei so Promotions wie AEW. Ähm, äh, bin gespannt, aber ich hab, erwarte mir hier auf jeden Fall ein richtig langes Match. Also, das tut mir leid für dich, Kai. Also, ich rechne hier mit mindestens einer halben Stunde. Ich auch. Also, und ich glaub auch, dass ein Adam Page hier einstecken muss wie die Drecksau. Also, dann gibt's nochmal einen V-Trigger und nochmal, und er springt nochmal gegen den Kopf und in den Nacken und drauf und drauf und Kenny Omega ist dann richtig oben auf und dann auch ein bisschen cocky und dann gibt's nochmal und dann gibt's aber irgendwann die Phase, wo dann Adam Page mal so ein Knie oder irgendwas abfängt und ihn dann richtig sauer anguckt und dann drauf kloppt. Also, das wird auch emotional und brutal dadurch. Ja. Auch mal schauen, ob Don Cullis noch eingreift, ob die Dark Order vielleicht noch irgendwie hier doch noch mit dazukommt. Man weiß es ja nicht ganz genau, die alten Kollegen, die alten Haudegen. Ich hab da Bock drauf. Also, ich kann's nicht anders sagen, ich erwarte mir einfach ein riesengroßes Match und ich sag's jetzt mal, ich geh jetzt mal emotional an die Sache ran und ich sag jetzt einfach mal, Adam Page gewinnt das hier und wird Champion und im Gegensatz zu seinem ersten großen Title-Match damals gegen Chris Jericho, wo ich schon gesagt hab, so, nee, der ist noch nicht so weit, Adam Page ist so weit, die Reaktionen sind da, Selbstbewusstsein ist bei ihm da, der Charakter ist da, der hat den Weg beschritten, perfekt, den ein Babyface gehen muss, nämlich durch viele Täler und durch viele Höhen und nochmal durch tiefere Täler und dann wieder zurück. Jetzt ist der Zeitpunkt da, in meinen Augen. So, dein Tipp. Ich, wie gesagt, also, ich muss mich nochmal nachbilden, um eben diese Story nochmal viel krasser fühlen zu können, deswegen kann ich hier leider gar nicht so emotional tippen, wie vielleicht du oder auch viele von den Zuhörer, Zuhörerinnen, das find ich ein bisschen schade, dass ich das nicht mitgenommen hab, da ärgere ich mich wirklich drüber. Hey, es ist nicht unsere Schuld, ne? Ja, natürlich, ich weiß, also, es lag allein an mir. Und man muss ja auch mal sagen, wenn ihr den, ich glaub, Jahresausblick euch anhört, dann gibt kein Versprechen ab und das Versprechen hat erst ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr danach eingelöst. Im Gegensatz zu David löse ich meine Sachen ein, David schlussendlich immer noch zehn Euro. David muss auch immer noch Judas singen. Ja, genau, also, ne? Ich bin einer von den Guten, machen wir ihn hier an. Ich hab's immerhin eingehalten und bin jetzt doch über Umwege zu AEW gekommen. Ich glaub, du hattest doch gesagt, du würdest AEW auf jeden Fall mit Schlag 2021 schauen und du würdest dann den ersten Pay-Per-View des Jahres mitreviewen. Kann das sein? Das stimmt. Ja, war Zeitverschiebung und sowas. Corona, das Jahr vergeht so schnell. Monatsverschiebung, Kalender wurde zurückgestellt und so. Das ist natürlich dann alles, ja. Ich hab's ja auch versucht, bin da nicht reingekommen. Corona-Show ist auch sowieso schwierig, aber jetzt bin ich da, jetzt habt ihr mich an der Backe und wenn wir auch an der Backe haben werden, obwohl es negativ klingt, Adam Page als Champion und das ist nicht negativ gemeint, weil ich hab Bock auf den und ich hab auch Bock auf Cowboy-Shit. Ach ja, ich hab auch Bock auf den Event auf jeden Fall und ich erwarte mir einfach hier eine gute Show. Also, da ist kein Match dabei, wo ich jetzt gelangweilt auf die Kart schaue, sondern da hat eigentlich jedes Match hat irgendwie was, was es interessant macht. Sei es Unwägbarkeiten, sei es eben coole Charaktere, sei es eine coole Geschichte oder sonst irgendwas und das ist eine echte runde Pay-Per-View-Card, die wir hier haben, oder? Absolut. Also, jetzt auch grad, wo du gesagt hast, du hast Bock drauf, bin ich nochmal schnell die Kart durchgegangen und ja, also, jedes Match gibt mir irgendwas. Das ist, das ist ganz ungewohnt. Kenn ich gar nicht. Ja, wir haben die Story-Matches, wir werden auch so Schmonz-Matches haben, wir werden gutes technisches Wrestling bekommen, also, klar, man ist jetzt erstmal so ein bisschen gehypt natürlich und man kann jetzt da viel Lobhudelei betreiben, aber auf dem Papier sieht Full Gear nach einem wirklich tollen Pay-Per-View aus und ganz genau. Da darf man sich dann auch drauf freuen, glaube ich. Ja, also, das ist das Wichtigste, oder? Also, einfach Spaß haben, reingehen, gute Zeit haben, wenn irgendwas kacke ist, gibt's ja die Review für. Genau. Und dann sagt David, ich vertraue denen, dass sie es richtig machen. Ich vertraue denen, das war alles super. Das ist ein Plan dahinter. Toni Kahn, bitte adoptiere mich, Papa. Genau das. Ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf euren Review-Podcast, den werdet ihr dann ja am Sonntag schon aufnehmen, zeitnah nach dem Event und ich werde den dann ebenso zeitnah online bringen, damit ihr dann auch am Sonntag nicht zur gewohnten Wochenend-Podcast-Zeit um. Was? Warte. Was? Oh Gott. Kriegen wir ein Debüt? Stimmt. Du meinst, äh, äh, namens Windham Rotunda? Jo. Also, es hieß ja letztens, dass er jetzt auch an einem Film arbeitet, mitarbeitet. Mhm. Wo es dann hieß, okay, alles klar, dann ist ja AW erst mal raus, ne? Aber, also, ne, wir kennen jetzt ja alle, catchten schon lange genug. Ja, und nur weil du den Film drehst, kannst du nicht mal kurz in einer anderen Halle auftauchen oder so. Eben, also, allein solche Sachen kann auch sein, ne? Kann auch sein. Darf man auch nicht vergessen. Also, ist eine Möglichkeit. Ist ja so ein bisschen irgendwie, hier schon fast in Vergessenheit geraten, dass das ja auch passieren kann. No Compete, 90 Tage abgelaufen, wer weiß. Also, ich würde jetzt noch mal in den Raum werfen. Ja, auch gute, guter Einwurf hier. Tony Khan hat auch große Momente versprochen für diese Woche. Na, mal gucken. Aber wenn, aber wo? Also, jetzt nicht Tony Khan, sondern, also, wo sollten, ich sag einfach Bray Wyatt, wo sollten, ist mir alles zu doof, wo sollten Bray Wyatt auftauchen? Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde ja immer sagen, an der Seite von Malachi Black. Aber dafür ist die Fede zu klein. Ja. Ja. Weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht formieren wir die alten Overall-Träger wieder mit Brian Danielson zusammen. Ja, also kann auch, ja, oder Darby Allen. Nee. Aber kannst du dich auch nicht wieder verlieren lassen. Ja, ist schwierig, oder? Ja, also, da bin ich auch bei David, bei unserem letzten Podcast. Eigentlich ist das Roster so voll, dass man nicht so recht weiß, wo man den jetzt hier zwischenstecken sollte. Außer, Licht geht aus, Licht geht an und auf einmal steht er da, alle schreien und Licht geht wieder aus, dann ist er weg. Oder so. Hallo, tschüss. Genau, Helge Schneider mäßig. Tach, tschüss. Kann sein, ich weiß es nicht. Also, ich wollte es auf jeden Fall nochmal reinwerfen, weil vielleicht auch da auf, wurde ja auch viel spekuliert, ist es in den letzten Tagen so ein bisschen ruhig geworden. in Vergessenheit geraten, aber, ne, sag niemals nie. Ja, genau das. Und, ähm, ihr könnt natürlich auch gerne, ähm, mit tippen, ähm, bei uns bei Kicktipp, natürlich, ähm, kicktipp.de slash, ähm, Headlock AEW ist da die, äh, Tipprunde, könnt ihr gerne mitmachen, ansonsten, ich hab's gerade schon gesagt, Review hört ihr am Sonntag, wahrscheinlich Richtung Nachmittag, wenn wir dann den Podcast, äh, online gestellt haben. und, ja, Kai, abschließende Worte, ich bin gehypt. Bock. Mein, wie gesagt, mein erstes AW Event, seitdem ich richtig drin bin. Wupp, wupp, ich bin gespannt. Ich freu mich einfach drauf, äh, was uns da erwartet und, ähm, bin auch gespannt, äh, wie da der Live-Chat laufen wird. Natürlich gerne bei uns auch auf Discord vorbeischauen, besucht uns da, da werden gerade hier noch einige von unseren Usern sich die Show hier ansehen. Also der Hype auf, äh, Full Gear ist auf jeden Fall da. Und an der Stelle mache ich den Deckel hier auf dem Podcast. Sag, wie immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon bei Steady vorbei. Das wisst ihr aber natürlich. Und ich sage an der Stelle bis Sonntag, bis zum Review-Podcast. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Show und dann auch bei Kai und David hier. Ähm, und an der Stelle, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. 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 Headlock, der Pro Wrestling Podcast.